Oh, die Hose! Oh, Leute! Willst du das alles drauf? Ja, klar! Wir haben jetzt hier die ganz großen Fahnen und die bereiten wir jetzt gerade vor für den großen Auftritt bei der Mainstage. Und damit man die besser halten kann, machen wir uns einfach ein paar Griffe unten dran. Wir gehen jetzt in unsere Garderobe. Was für eine riesige Ehre, weil wir neben Felix Jehn, Kontra-Kar, Kalkbrenner eine Garderobe haben dürfen. Da freuen wir uns als kleine Nachwuchsleute natürlich mega. Wir haben was für einen Maufen. Alter, willkommen im Palast! Ich bin echt ein bisschen baff. Das ist ein ganz, ganz neues Level, was wir hier heute erleben dürfen. Ich bin schon ganz schön aufgeregt. Ja, Aufregung steigt extrem. Let's go! Mikro hin hier und so weiter fahren. Jule, alles da. Okay, los! Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Jetzt bin ich mit den L velgen. Das ist so eine Träckende Fresse, das ist unglaublich. Jetzt hätte ich eine Elefanten geküsst. Da ist sie. Hallo. Ich bin schon frisch geduscht. Wie fandet ihr denn euren Auftritt? Wenn ich darüber nachdenke, dann kribbelt es in meinem Bauch und ich hatte Tränen in den Augen. Es war, keine Ahnung, wir können es glaube ich noch nicht realisieren. Das war so eine Größe, die man nicht beschreiben kann. Das sind Träume, die man sich auf einmal erfüllen darf. Das ist eine unglaubliche Betreuung, darin so viele Techniker, so viele Leute, die Ahnung haben. Wir haben so viele Leute, die immer nett sind. Das ist so unglaublich, an der Bühne zu sehen, wo alle Leute nett sind. Hat man sonst, glaube ich, das kann man an einer Hand abzählen, wie oft das passiert. Das ist echt eine andere Welt. Traumhaft. Vielen, vielen Dank für alles. Danke. Danke, danke. Danke, danke.